Netter Blechhaufen wird erledigt. Okidoki. Okidoki hat er wohl nie gesagt. Wir werden sehen. Und damit herzlich willkommen zu Fünnüsse, dem, lauter sagst du, Fünnüsse, dem Command & Conquer der Podcasts. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Dirk, gegenüber sitzt Klaus. Kain. Herzlich willkommen zum Tiberium-Konflikt der Gespräche. Apropos, guck mal, was ich hier habe. Tiberium. So klein ist das. Naja, es gab den tausend Ausführungen. Hier ein für dich, ein für Dortmund. Nice. Nepper. Nepper, Schlepper, Klausefänger. Nappo. Ein schönes Nappo habe ich mitgebracht. Ich glaube, so wird auch der Erfinder des Nappo genannt. Hör mal zu, du Nappo. Ach, das war das. Dänisches Nougat, oder wie das heißt. Oh ne, ein Schwan-Dübeles. Oh, scheiße. Ich habe lange nicht mehr im Kopf gehabt. Aha. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bissig. Ein schönes rotes Nappo. Ich weiß nicht, ob ein Unterschied ist. Alter, wenn wir Probleme hatten, sonst mit dem. Rot ist das schwere Nappo? Ist das Ampelsystem? Alter, wenn wir ein Problem mit einem Eiweiß-Riegel haben, ein Nappo ist es. Das war doch so viel Speichel. Ist schon ein bisschen wie so ein alter Kaugummi unter der Schulbank. Oh, ey, sag mal. Erzähl mal. Ja. Es wird so cremig, so warm, oder? Hm. Meine Güte. Interessante Fruchtnote. Ich glaube, ein bisschen haben sie damit auch geklebt. Weil da geht es in der Innenhof, riecht ja ein bisschen nach Kleber. Ja, weiß ich nicht. Ich war heute früh draußen, da ging es noch. Aber es ist ganz gut, somit sind alle irgendwie ein bisschen entspannter. Mhm. Also alle, man ist gemeinsam jetzt an einer großen Uhu-Tüte. Mhm. Und somit sind alle irgendwie heute so, alles ist so gedämpft hier. Also wird der Aufzug jetzt einfach eingeklebt? Der Aufzugsschacht. Ich glaube, ah. Oder Teppich? Pfeffer C? Irgendwas wird geklebt. Hm. Wer klebt nicht gerne einen Teppich in eine Luxuswohnung? Oh meine Güte, hast du das mitgerichtet mit dem Becci-Skandal? Becci? Tante Becci. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Die bei Full House und Fuller House, die Tante Becci gespielt hat, die ist doch involviert in den großen Skandal, dass in Amerika, in den USA, wo die, weiß nicht wie viele Promis und Reiche und sowas, ihre Kinder quasi via Geldbeträge in Universitäten oder in Hochschulen oder sonst was halt irgendwie reingebracht haben. Unter anderem auch die Schauspielerin, die Tante Becci gespielt hat. Denn wer ist reicher und mächtiger als jemand, der Tante Becci in Full House gespielt hat? Ja, also ich glaube, sie hat ja für ihre dummen Bratzen für einen irgendwie 500.000 Dollar gezahlt. Damit es halt irgendwo reinkommt. Und jetzt gerade so ein großer FBI-Skandal und es kam gerade so raus. Und auch die Ehefrau von, von dem Tüten, der Frank Gallagher spielt, der Hauptdarsteller von Shameless. Ja. Jedenfalls, das sind so die beiden prominenten Gesichter, die gerade durch Aluminium gezogen werden. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das so ein Skandal ist, weil es war doch relativ offen. Wer hat das, dass Steven Colberto sowas meinte? Wo ist eigentlich der Standard, dass irgendwelche reichen Kinder auf Schulen kommen, weil die Eltern der Schule in eine Bibliothek spenden? Wo ist denn das? Das hätten sie doch günstiger haben können. Da sagen von wegen, wir zahlen für die Tür und den Anbau, hier sind 100.000 Dollar offiziell anstatt inoffiziell eine halbe Million Dollar. Also ich wollte gerade sagen, das ist doch Gang und Gäbe, dass es an amerikanischen Universitäten irgendwelche Plätze für Alumni, für die Kinder von Ehemaligen und so gibt. Das ist ja kein Geheimnis. Also ich glaube, John Oliver hat mal eine Serie, eine Show drüber gemacht. Ja. Vielleicht wollten sie genau dem irgendwie entgegentreten, dass sie sagen, ja, unsere Kinder schaffen das auch so. Ich meine Donald Trump. Ja. Also Donald Trump und sein ganzes Konsortium, die waren ja auch alle in relativ guten Schulen. Fand ich so geil, was er jetzt gesagt hat von wegen mit den Fliegern. Das wird eher immer komplizierter, ein Flugzeug zu fliegen. Das sind ja Leute vom MIT, die da fliegen und nicht ganz normale Piloten wie früher. Ich möchte wieder das einfache und gut ausgebildete Piloten fliegen, genauso wie einfache Flugzeuge fliegen und nicht dieses ganz komplizierte. Ja, das ist einer meiner liebsten Satire-Kanäle auf Twitter, hat er gestern auch zugeschrieben, Pixelated Boat übrigens, hat er zu gestern geschrieben, im Stil von Trumps Twitter, ja, aber wie kommt es das, Autos werden auch immer komplizierter. Früher hatten sie gar keinen Motor, sie brauchen das nicht. Wir haben sie einfach mit den Füßen gesteuert. Ja, aber du. Ja. Donald Trump. Ja. Ja, aber eine gute Überleitung. Du hast eine Frage. Oh, da fällt mir noch eins, fand ich auch richtig geil. Hast du mit Romneys Geburtstag mitgekriegt, dieses Video, wo es um die Welt ging? Nee. Torte gekriegt, Kerzen brannten, das war gar nicht das Problem, sondern wie er die Kerzen ausgepustet hat? Der Knaller. Ersinger, great, oh, wonderful. Nimmt jede einzelne Kerze aus, aus dem Kuchen, hält sie ran, als wenn er eine Blume riechen möchte. Jede einzelne. Ich hoffe, es waren so viele, wie er Jahre alt war. Ich glaube, der ist 73 geworden oder sowas. Echt, so alt schon? Ich hätte 60er getippt, aber ja, okay. Ja. Sie haben ja auch immer gesagt, dass der halt sich so krass konserviert und deswegen sieht alles gleich aus. Und der Kuchen war vielleicht auch der, den er schon ewig. Und deswegen so vorsichtig. Wie heißt es nochmal? Trevor Noah meinte, er hat das gemacht wie ein Serienkiller. Dass man so gehört hat, dass im Hintergrund seine Verwandten und sowas langsam das Lachen so verstünden, weil er das einfach straight weitergemacht hat. Und dann irgendwann war ihm klar, wer da im Raum ist. Oh, scheiße. Und er steht als einziger oder am nächsten zur Tür. Das ist so, ich denke, fuck, wir müssen da mit Romney vorbei, der gerade die Kerzen einzeln auspustet. Also es gibt ja, also passend dazu, das lässt sich immer noch perfekt als Überleitung für die Frage. Ach, leider keiner. Hast du das mit Tucker Carlson mitbekommen? Wer ist Tucker Carlson? Tucker Carlson ist ein Fox News Moderator. Tucker Carlson oder Carlson? Carlson. Carlson. Nee, Carlson. Carlson. Ich glaube schon mit L, ja. Tucker Carlson. Carlson. Und er ist so ein bisschen der Nachfolger von, auch Sean Hannity ist noch da. Ist das der Alte, der rausgeschmissen wurde? Also auch zum Drecksack? Nee, nee, nee. Sean Hannity ist der, der mit Michael Cohen noch irgendwelche legalen Geschäfte gemacht hat. Und der andere, der rausgeworfen wurde, das war Bill O'Reilly. Und Tucker Carlson hat die Stelle von Bill O'Reilly übernommen. Und hatte jetzt ein paar schöne Kommentare von 2007. Also bevor man das wusste, wo er darüber redet, wie gerne er doch Sex mit einer der Teen Miss Amerika oder Teen Miss South Carolina, die ist 16. Naja, aber der sieht aus wie 18, wenn du überstehst, was ich meine. Und das geht jetzt, also das geht. Und das war so ein Privatgespräch, was irgendwer mitgezeichnet hat oder was? Oder hat er das entweder? Nein, nein, auf On Air, im Radio. Der hatte eine tägliche Radiosendung. Und das, die Bänder, also eigentlich nichts, was man nicht auch über Tucker Carlson wusste oder was man zumindest ahnte, dass er halt rassistische und sexistische Kommentare On Air gemacht hat. Und jetzt gibt es halt die Bewegung, dass er auch entlassen wird dafür. Aber ist nicht der Sender so konstruiert? Ja. Also ist Fox nicht auch irgendwie so von alten, weißen, dicken, rassistische, sexistischen Männern? Ja, klar. Na, ich meine, also ganz dahinter steht ja Rupert Murdoch, der Australier, der eine Million Jahre alt werden will, offensichtlich. Der, wie hieß denn der Chef von Fox News? Lange Zeit, so ein bleiches, aufgeschwollenes Gesicht, der sah ein bisschen aus wie eine Seekuh, die man zu lange in der Sonne gelassen hat. Wie bei Cover. Ja, genau. Wo es auch nur darum ging, so ein Glück, dass der tot ist. Das war der ehemalige, der hat auch Bill O'Reilly damals groß gemacht. Aber der hätte da auch ganz viele Sexkanale. Ja, 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 ja. Also auch die Leute, die Moderatorinnen, die dann gegangen sind, meinten auch, ja, das war halt ein offenes Geheimnis mit dem. Und naja, auf jeden Fall bringt mich das zur Frage, das ist eigentlich gar nicht nur so die Realweltüberleitung, weil ich halte es ein bisschen breiter. Wer sind die besten, schrägst du euch in dem Fall, schlimmsten Schurken? Und nicht nur, nicht nur Reale, sondern wir können auch Comic-Schurken nehmen, weil ich dachte, es bietet sich halt an, dass wir auch über Reale reden. Das ist ein anderer, der ja gerade jetzt im Knast gelandet ist für unglaubliche vier Jahre. Paul Manafort, der ehemalige Kampagnenmanager von Trump. Ja, war das Urteil heute oder gestern? Vorgestern, glaube ich, sogar schon, Tag der Aufnahme, also vier Jahre. Die Strafverfolgung wollte 19 Jahre mindestens haben. Aber der Richter hat gesagt, er hat ansonsten ein Leben ohne Gesetzesbrüche gelebt, abgesehen von seinen ganzen Verbrechen. Die er für alle Verbrecher gemacht hat. Ja, ansonsten hat er das Gesetz nicht gebrochen, nur bei seinen Verbrechen. Wird denn irgendwas jetzt nachverfolgt dessen, was er halt dann preisgegeben hat? Dass er halt irgendwie Trump komplett eigentlich... Nee, nein, also... Weil es halt einfach nur, keine Ahnung, Hörensagen ist oder was? Weil er halt das einfach nur sich aussieht und aussieht ohne Beweise? Ich weiß nicht, warum sich das mit Trump... Also ich glaube ja wirklich, mit Trump wartet man so lange, bis er nicht mehr im Amt ist und dann legen sie ihm sofort die Handschellen an. Dass er sich nicht irgendwie rauswieseln kann. Aber das ist ja schon dieses ewige Gespräch, oder? Dass Trump immer so, wie es heute hieß von wegen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hättest, dass es hieß von wegen, ja, Impeachment ist bei ihm gar nicht, es lohnt sich bei ihm gar nicht. Und dann haben wir alle schon gedacht von wegen, dass wir diese umgekehrte Psychologie, das sagt, was, bei mir lohnt sich das nicht? Pass mal auf, Freunde, auf jeden Fall lohnt sich das. Also es ist ja auch so, Bill Maher meinte in seiner Show auch, das ist die Sachen, die Trump einfach nur so am Rande macht, für die würde jeder andere Präsident sofort aus dem Amt gejagt werden. Zum Beispiel, dass der allen seinen Kindern Security Clearance gegeben hat. Obwohl die halt teilweise von den Geheimdiensten als extremes Sicherheitsrisiko eingestuft werden. Die volle Einsicht in alles, was sie... Ja, also höchste Sicherheit... Und die müssen wir doch auch mit niemandem absprechen, weil sie einmal... Freier Zugang im Weißen Haus und bei Jared Kushner alleine, also seinen Schwiegersohn... Der ja auch irgendwie die guten Russenkontakte hat, ne? Und Saudi-Arabien und Co. Paul Manaforts Firma und die Leute, die Paul Manafort vertreten hat, waren bekannt als The Torturers Lobby, weil er mit so vielen Diktatoren zusammengearbeitet hat. Also das... Aber da kann ich nicht von Schurken, sondern das sind ja halt bestialische Wichser. Ja, aber das Schurk ist noch zu zart, dass du formulierst. Das Einzige, was ich halt von wirklichem Schurkentum abhält, ist, dass sie alles Vollidioten sind. Also wenn man das in einem Comic oder in einem Film hätte, würde jeder sagen, wie kommen diese Leute zu diesen Verbrechen? Die sind alle dumm wie ein Sechs-Meter-Feldweg. Ja, ich meine, die wurden mit Sicherheit auch auf, ich sag mal so, verbrecherischer Ebene beraten. Also da hat schon der eine oder andere gesagt, wenn du das machst, dann bekommst du das. Sieh zu, dass das aber nicht rauskommt oder so. Also ich glaube nicht, dass halt irgendwie die meisten Dinge halt irgendwie auf deren Mist gewachsen sind, sondern irgendwer hat schon gesagt, ja komm, das machen alle. So, und dann kannst du es auch mal machen. Und außerdem bist du total mächtig und bla bla bla. Also ich meine, wenn er nicht nur irgendwie, Trump zum Beispiel, wenn er nicht nur irgendwie dumm und krank und narzisstisch und sonst was wäre, sondern halt auch einfach diese Mittel hat. Also die er ja vorher schon hatte und jetzt noch mehr. Also einfach diese bestialische Macht, die dahinter steht. Und alle, jeder neue Skandal war ja anfangs so von wegen, das bricht ihm das Genick. Mittlerweile ist es ja schon so, dass halt in den Medien immer darüber gesprochen wird, also Trevor Noah etc., dass du merkst, dass die reagieren, ja, aber es passiert ja nichts. Also klar, Paul Manafort, als er dann ausgesagt hat, sonst was und dann hier von wegen, laja, laja, Fans on Pyre und Fans on Pyre. Das war Michael Cohn. Achso, Michael Cohn. Aber generell, alles, was gegen ihn sich wendet und groß als Skandal sich öffnet, da gibt es ja, also die Wellen, klar, heißt es, der wird irgendwann, aber was schon alles passiert ist und wie lange. Und was halt auch, ich habe auch gedacht, wenn dann halt irgendwann, egal was für ein Präsident danach kommt, egal wie hardcore der ist, ich glaube, schlimmer kann es gar nicht werden. Selbst wenn irgendwie der total auch rassistische und homophobe Mike Pence, wenn der als Stellvertretender jetzt halt irgendwie Präsident werden würde, was man da alles erstmal zurückbauen muss. Also wie viele Monate man sich damit beschäftigen muss, nicht von wegen zu regieren, sondern die Scheiße, die halt richtig gefährlich in die Grütze geht, halt das alles zurückziehen. Das ist zum Beispiel, jetzt beginnt es ja halt auch, dass sein, was ist das, sein Space Force Bereich halt ausgearbeitet wird und da halt Gelder und halt irgendwie. Und für die Wall. Genau, sowas. Und wo du sagst, du musst ja als Regierender Präsident, wenn du anfängst, hast ja irgendwie die ersten, man sagt ja immer, die ersten 100 Tage, du bist ja nur am Scheiße schaufeln, was da schon liegt, so. Das ist ja das Krasse. Das Amt muss erst wieder entgolft werden. Ne, ich meine, vielleicht ist es auch das, dass man so sagt, ja gut, wenn sie jetzt normale Zeit wie andere Präsidenten auch arbeiten, dann würden sie das in den ersten 100 Tagen schon viel schaffen, weil der ja halt einfach zum Glück auch so viel weg war. Und das Krasse ist ja auch, als diese Insider-Infos rauskamen, dass sie halt, was war es, die Times oder so, Times hat auch irgendwie so einen anonymen Brief gekriegt, aus den engsten Kreisen seines Staffs oder sowas, die gesagt haben, und wir entziehen ihm oft Informationen oder nehmen nochmal Dinge weg oder bequatschen ihn so, dass er dann das nicht tut oder sich nicht mehr erinnert oder sich nicht interessiert dafür. Ja, genau, wir nehmen ihm die Sachen weg und dann vergisst er das nochmal eine Stunde wieder, wenn er seine Cola leitert. Und wenn du dir überlegst, was trotz allem passiert, das ist die Frage, was die denn verhindert haben. Ist das dann direkt Dritter Weltkrieg? Da fehlt ja eigentlich dann nicht mehr viel. Ich mag South Carolina nicht. North Carolina ist besser. Zünden wir South Carolina einfach an. Ich meine, halt auch irgendwie dieses ewige Treffen mit den Diktatoren dieser Welt, wo du denkst, Kim und ich haben uns ganz toll verstanden. Mit jedem anderen hätte es Krieg gegeben. Und dann zurück und dann hieß es von wegen, ja, die haben ja keine Sekunde aufgehört, ihre Atomwaffen zu bauen. Ja, eben. Das ist, Kim Jong-un hat eigentlich alles bekommen, was er wollte, ohne irgendwas zu liefern. Ja, der kriegt halt eine Mörderreise, der kriegt eine Mörderpublicity, fährt zurück und sagt, und wir machen weiter und der Teufel ist immer noch so. Und Handelszugeständnisse. Ja. Und die USA ziehen sich aus den Übungen über Südkorea zurück. Und Trump, the art of the deal. Ich weiß nicht, wie man Deals macht. Ich mache die besten Deals. Oder letztens ging es bei Trevor Noah darum, dass seit diesem Handelskrieg mit China, was halt China weltweit daran gewonnen hat und USA weltweit daran verloren hat, in der kurzen Zeit, in Anführungszeichen, seitdem das läuft. Ja, das ist genau wie Trumps, womit es anfängt, Trumps irgendwie Stahlzölle, die halt irgendwie so 200 Arbeitsplätze in der Stahlindustrie gerettet haben. Also wirklich eine Marginalzahl, was die USA in Stahl herstellen. Und alle Betriebe, die darauf angewiesen sind, Stahl zu importieren, haben halt darunter gelitten. Ja. Weil Trump halt nicht versteht, dass es eine verarbeitende Industrie gibt, die auf Rohstoffe angewiesen ist. Und die sind halt jetzt alle gefickt. Und die können einfach nichts verarbeiten, weil die nicht an den billigen Stahl kommen wie vorher. Das Geile ist ja, dass er dann ja öffentlich sagt von wegen, naja, ich zwinge dann unsere eigenen Unternehmen, amerikanischen Stahl zu nutzen. Und wenn dann jemand sagt von wegen, aber es gibt nicht genug amerikanischen Stahl, der hier verarbeitet werden kann. Aber ich zwinge sie amerikanisch. Also dieses, du hast ja dann halt auch mal in nicht gerade komplexen Gesprächen einfach echt ein Kind, was gerade mit einer Bowlingkugel zusammengestoßen ist und dann nicht mehr viel kann als wiederholen, wenn überhaupt. Und das ist dann halt immer, wo es dann Schluss ist. Wo du dann denkst, ah, also, dass da halt dann irgendwie keiner von Gesprächskompagnons in dem Moment dann halt irgendwie an Gewalt denkt. Also ich meine, wie man sich dann zurückhält, wenn man zum x-ten Mal mit so einem Affen redet. Und man muss mit ihm reden, weil es die Position oder die höchste Position ist. Und plötzlich ist es, egal worum es geht, immer so, Klick, Grenze und dann sagt er, ja, glaube ich nicht. Ist nicht so, habe ich nicht. Und nichts, haben sie hier, schwarz auf weiß, Videomaterial ist hier. Das haben sie getwittert, habe ich nicht. Alleine. Gott, schlag den, bitte schlag den. Mein liebstes Beispiel davon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Late Night with Seth Meyers, bei dem Closer Look. Tim Apple. Wo er meinte, er hat es abgekürzt? Ja, er hat nur ganz schnell Tim Cook Apple gesagt und man hat das Cook nicht gehört. Tim Cook Apple ergibt auch keinen Sinn. Tim Cook of Apple würde ein bisschen Sinn ergeben. Aber das ist doch einfach völlig normal, dass man einen Gesprächsfehler macht. Und das wäre ja auch keine große Sache gewesen. Das haben sie auch gesagt, von wegen, okay, hat er gemacht, passt auch zu ihm, er ist blöde. Ein paar Tage später denkt keiner mehr drüber nach. Und er fängt an, das zu erklären und zu twittern, weil er gemerkt hat, dass alle ihn für einen Horst halten, weil er ja auch einer ist. Und dann halt irgendwie, wie sich dann natürlich alle noch mehr darüber lustig machen. Und wie der letzte Tweet einfach definitiv nicht von ihm war, was die Wortwahl angeht und die Komplexität der Grammatik. Also es gibt dieser eine Tweet, der dann erklärt irgendwie, wie er darauf gekommen ist. Ja. Der ist halt einfach so komplex formuliert und in so einem Marketing-Sprech, der kommt halt von seinem Team. Und es sind Worte, die er nicht kennt. Ja, Tim. Da haben sie doch auch, war das Stephen Colbert, wo sie gesagt haben, ah, wir haben jetzt besonders Footage. Und da haben sie halt einfach die Szene Slow-Mo laufen lassen und dann, hier, Tim. Und dann hat man halt irgendwie gehört, wie dann halt so ein Fake-Stimmer irgendwie gesabelt hat. Ja, normally I would say the whole name, but now I do it shorter and this is Apple. So, und dann irgendwie dachte ich, klar, also klar würde sich jeder jetzt erstmal drüber lustig machen. Und, aber ich meine auch das, also wenn er sein Team sagt, formuliert das mal so, dass das ganz kompliziert klingt, der könnte doch ein Berater sagen, Mr. Trump, wenn wir das jetzt nochmal auffühlen, dann wird das... Let it go. Also... Und dann sagt er, wer ist hier der Präsident? Und dann denkst du, ach komm ey, dann pisse ich nachher wieder in seine Cola und dann geht es mir wieder ein bisschen besser. Ah, die schmeckt wieder besser, seitdem sie warm ist. Also ich möchte auch nicht wissen, wie viel sich halt irgendwie abarbeiten Leute, indem sie sagen, ja, hab ich den halt einfach mal irgendwo Pipi ran, Zahnbürste durch den Schlüpper gezogen, irgend sowas. Also, ich weiß gar nicht, aber ich meine, ah, klar, wenn du da halt irgendwie so dieses, ich glaube an die Regierung, ans Land, bla bla und dann in dem weißen Haus sitzt, dann ist es natürlich wie der Typ oder die Frau, die geschrieben hat, halt dann auch so ein Ding, dass du sagst, wir halten das jetzt aus und versuchen halt jeden Tag so ein bisschen den Weltkrieg nach hinten zu schieben. So, indem wir halt dann immer so den Knopf, den roten verstecken oder die Loungecodes halt irgendwie mit Uhu zukleben oder irgend sowas. So, wo dann denkst du, oder hier, wir haben immer einen warmen Burger in der Hand, dass er irgendwie sagt, äh, weiß nicht. Doch, wo ist der Burger? Wo ist der? Natürlich können wir jetzt Nordkorea angreifen, aber dieser Burger hält nicht ewig warm. Oh mein Gott, okay, okay. Ey, Wladimir hat angerufen und gesagt, dass du gut aussiehst. Und warm ist es gerade in Mar-a-Lago. Und der Ozean kommt jeden Tag ein bisschen näher, das heißt, es wird immer mehr Strand gut, ey. Ja, Strandgrundstück. Ja, ich finde, ich finde ja Schurke immer noch zu lieb formuliert. Also, halt einfach für das so. Es ist halt, ich weiß ja, was du meinst, aber also Trump ist halt, von der Formulierung Schurke ist echt noch so. Ja, Schurke klingt im Deutschen halt immer auch so ein bisschen, bisschen augenzwinkernd. So, dass das englische Villain trifft, ist halt ein bisschen mehr, was ist dieses Bösartige und es ist befreit von diesem Schabernack-Ding. Aber ich finde auch Villain klingt halt auch nach jemand, der halt zwar kompromisslos und hart und sonst was ist, aber der halt auch ein bisschen intelligent ist. Ja, das stimmt. Schurke ist so ein bisschen hinterlistig, Villain ist halt so, aber irgendwo ist überall eine Intelligenz und das ist, Trump, da ist nicht irgendwie sowas. Also, er ist ja echt mehr bei Kim Jong-un, der, der, wie wir vorhin meinten, halt so viel gewonnen hat durch den Kontakt zu Trump. Die ganzen Jahre, also die ganze Zeit schon, seitdem der ihn so hochgehalten hat. Das ist ja halt auch so geil. Und nicht grundlos hat halt irgendwie Russlands Regierung halt gefeiert, seitdem er da ist. Also, die haben ja komplette Narrenfreiheit. Und jetzt halt auch, dass sich quasi Amerika aus Weltkonflikten rauszieht und das dann Russland und China überlässt. So, das ist natürlich auch für die erstmal enorm, was die halt dann irgendwie da etablieren können. Zweitens ist ja auch enormer Handel. Also, ich meine, was bedeutet nicht anders Krieg für andere Regierungen, die involviert sind, als enormes finanzielles Plus. So, was die da reinpumpen. Ich meine, das ist jetzt nicht von denen, die sagen, ja, da sollen die Amerikaner aber dran verdienen. Ist ja egal wie, scheiße. Eben, wenn dann der Deutsche. Die Waffen funktionieren ja nicht. Mit Thyssen und Krupp sind wir da ordentlich am Start. Also, ich glaube, wir sind weltweit in allen großen Konflikten drin, finanziell gesehen. Das stimmt. Da haben ja auch SPD, Grüne und alle brav unterschrieben. Das ist mir ja klar, irgendwo muss man Abstriche machen. Es gibt was ja, ja, ich finde ja immer, das ist auch ein Problem der Überwachung, weil du kannst die Konzerne nicht so überwachen und regulieren, wie die sich da Schlupflöcher suchen. Ja, beziehungsweise dieses Zuliefermaterial ist zu sagen, wir schicken keine kompletten Panzer irgendwie hin. Wir schicken nur die Bremsklötze für die Panzer und alles andere für den Panzer. Es wird unter Lizenz hergestellt. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Das ist so wie in, das weiß ich wegen meines anderen Podcasts, denn 4.800 Sturmgewehre waren es, glaube ich. How do I rob this? 4.800 Sturmgewehre sind in Mexiko aufgetaucht von Heckler & Koch. Wie, aufgetaucht? Das waren zwei Mitarbeiter, die das gemacht haben. Nur zwei Mitarbeiter, ohne Wissen des Konzerns. Nur diese zwei Mitarbeiter, die 4.800 Sturmgewehre dahin geliefert haben. Nur diese beiden. Ja klar. Kein anderer. Und die 4.800 Sturmgewehre hat auch keiner vermisst, weil die waren alle Briefbeschwerer. Also ein großer Briefbeschwerer. Also die suchen sich ja. Für E-Mails wahrscheinlich. Ja, bei Gaddafi sind ja auch ein paar deutsche Gewehre aufgetaucht damals in Libyen. Ja gut. Es sind die Libyer, Marty. Aber, ja. Also, ja, ne? Bombe mit alten Flipper-Teilen versehen, normalerweise. Aber vielleicht nehme ich das mit Martin als Überleitung zu etwas leichteren Schurken, wie zum Beispiel Biff. Ja, wahrscheinlich ist das besser als das Herz. Aus Back to the Future, der auch so ein bisschen in meinem Kurzzeitgedächtnis ist, weil ich jetzt, ich habe jetzt so einen Ohrwurm von der, der hat so einen geilen Song, also der Schauspieler. Ja, wie heißt er? Tom Wilson. Ja. Wilkinson oder Wilson? Wilson, aber ich glaube Wilson. Biff Tannen. Du kennst den Song auch, oder? Ich glaube, du hast mir mal geschickt, aber es ist schon ewig da. Also der heißt Stop Asking Me The Question, wo er einfach nur darüber singt, dass Leute ihm halt immer wieder und wieder die gleichen Fragen stellen. Ja. Ja, aber er hat einfach einen super Schurke, war auch super porträtiert von ihm. Ja. Wie viele Figuren hat er gespielt? Mad Dog, Tannen? Ja, Buford Tannen, Biff und Griff. Okay. Also die drei, über die drei Epochen verteilt quasi. Aber witzig ist ja, Marty hat ja den Biff nicht in seiner Schule. Was hat? Okay, Marty hat den Biff nicht in seiner Schule. Marty hat diesen Bulli eben gerade nicht. Sein Vater hat es. Ja. Dann terrorisiert er halt das alte Hill Valley und in der Zukunft seinen Sohn, aber er selber nicht. Ah, okay. Also ihm fehlt dieser Bulli. Es gibt, naja, okay, man hat ja auch gar nicht wirklich viel Zeit in der normalen Marty-Zeit, also im normalen 1985. Es gibt auch mal das Veränderte, aber da gibt es ja auch keinen, also klar, das ist dann Biff-Welt so. Da gibt es ja den Biff-Welt. Aber Wilko scheint auch keinen Sohn zu haben. Naja, Marty ist ja dann im Veränderten 1985 ist er ja der Stiefsohn. Ja. Weil dann seine Mutter ja erst mal geheiratet und dann auch große Brustel. Mhm. Ja. Wie haben sie das überhaupt gemacht? Oder haben sie die einfach vorher so ein bisschen verdeckt? Ich werde ein bisschen hochgeschraubt, glaube ich. Ja, aber weil es halt auch so krass aussah. Aber vielleicht sah es auch nur so krass aus, weil die halt drunter ganz viel gepackt haben und dann halt gepuschtes und gemaltes Lippotee, dass es dann halt so krass aussah. Ja, oder halt wirklich Prostatics, dass sie das einfach als Maske angeklebt haben. Ja, so wie wir. Ja. Vor allem der Biff von Biffko ist ja auch so ein bisschen wie Trump. Ja. Ja, genau. Der ist halt auch so, ja okay, aber der ist so hinterlistig, weiß nicht, ob Trump auf die Idee gekommen wäre, da zuzuhören, das zu glauben und dann, aber nee, Quatsch, der kam ja auch nur darauf, weil sein altes Ich zurückgereist hat, hat ihn das erklärt und der hat es ja nicht ganz verstanden, der hat ja mehrfach dann halt irgendwie gehauen und gesagt, von wegen, hör dir das an, du Penner. Und nur weil er dann, glaube ich, gewartet hat im Auto, hat er dann halt angefangen, aus Langeweile das Spiel dann zu hören und dann halt zu kontrollieren, dass es wirklich steht, also stimmt, was im Almanach da steht. Das ist der Grund, warum ich damals einen Almanach haben wollte. Ich glaube, ich hatte dann 2004 oder was, oder 97, hatte ich einen Almanach von 97 mit allen aktuellen Zahlen des Jahres der Welt. Nice. Wow, ich glaube, ich habe echt so Almanach reingeschaut. Ja. Na gut. Mein Mann hat aber nicht gefragt, warum willst du einen Almanach, sondern, ja hier, wolltest du einen Almanach, ne? Geil, ich habe den Almanach. Ach so, ein Almanach ist das? Ach so, cool. Und das bestimmt noch aus der Zeit, wo Staub abweisendes Papier noch nicht erfunden wurde. Ja, das stimmt. Wo man noch Spiel mit den Händen gespielt hat, wie Babyspielzeug. Wie Babyspielzeug. Frodo, der erste Auftritt. Ja, auch ein guter Schurke im Herrn der Ringe. Sauron. Ja, also Sauron ist aber halt dann wirklich so ein Villain. Also der ist dann ja wirklich, obwohl man den ja, ne, wen sieht man nicht? Sauron sieht man nicht. Sauron sieht man nicht. Aber Saruman sieht man. Saruman sieht man. Saruman ist Christopher Lee. Ja. Ja, den finde ich ja eigentlich ganz geil, so als Bösewicht, weil Sauron ist ja dann halt so ein bisschen das Geflüsterte und brennende Auge da. Genau, aber ihm fehlt ja der Ring. Ja. Also um wieder seine körperliche Form zu erlangen. Ja, aber ich meine, Saruman ist ja halt auch so, dass ich an Saruman so geil finde, dass er etwas über sich hat, so. Dass er quasi halt so eine Gefolgschaft da hat von diesen Orks, diesen trainierten Pumper-Orks. Urukai. Von wegen, wem dienst du? Saruman! Und diese, wie hießen diese Klötze? Urukai. Urukai, ja. Und er dann trotzdem nicht das Oberste war, sondern über ihn dann halt noch Saruman. Ne, Sauron. Sauron, ja. Verdammte Scheiße. Sauron. Vorher Gawthor, the Manipulator. Und wer war nochmal der Flüsterer, der diesen vergifteten, also so geistvergifteten? Ah, Grima Schlangenzunge. Genau. Grima Wormtong. Und wen hat er da nochmal? König Theoden aus Rohan. Ah, okay. Stimmt, der dann irgendwie auch so ganz bleich war und hat dann halt irgendwie immer so die Sachen. Ja, aber Grima ist auch ein Gehilfe von Saruman. Ja, aber der ist auch ein geiler Schurk. Das stimmt. Der hatte, irgendwo hat er nochmal... Weil so ein Gehilfe ist und so ein buckliger, knorriger Typ. Ich finde, was ich ein bisschen schade finde, dass man das halt nie... Hast du das mal gelesen, Herr der Ringe? Ja, ja, habe ich glücklicherweise noch vor den Filmen geschafft. Ich weiß nicht, ob es da großartig erwähnt wird oder ob es nur in einem der Anhänge ist oder im Silmarillion, aber Sauron, als er noch eine körperliche Form hat, bevor er halt so monströs wurde, war er mehr oder weniger ein gut aussehender Engel. Und hier ist er angelehnt an die Bibel oder was? Ja, genau. Er war so der Manipulator. Er war einfach so der... Hing halt so ein bisschen hübsch da rum und hat den Leuten Ringe gegeben. So, ne? Hier kommt immer ein bisschen Bling. Ja. Was einfach, ja, ganz, ganz schöner Schurke ist. Was ich noch im Kopf habe, weil ich das Buch damals gelesen habe, am Anfang die drei Gefährten, als sie losgehen, da sind sie relativ schnell in so einem Wald. Also wenn sie aus Hobbing, ist das glaube ich, wenn sie da rauskommen, das erste Grenz und das Geile ist, du liest es ja auch mit der Karte, du hast ja diese Karte dabei, das fand ich immer sehr geil. Und dann, und dieser Wald ist ein unheimlich, unheimlich langer Part, der halt irgendwie ein Herr der Ringe, ich weiß nicht, ob der überhaupt vorkommt und wenn dann nur ganz kurz. Der Tom Bombadil Part und da, wo sie sich im Wald vom Baum gefressen werden. Was, vom Baum gefressen? Ja, sie sind, sie lehnen sich schlafend an den Baum und der Baum verschlingt sie. Okay. Und sie sind dann in so einem unterirdischen Grab. Das ist, äh... Da finden sie ihre Schwerter. Okay. Jedenfalls ist der Part des Waldes halt so ein unheimlich langer Buch und halt im Film so, ja, marginal behandelt. Ja, auf jeden Fall, da sind ein paar für sich so gute Schurken, also halt auch der, wie heißt denn der, der Menschen, der im ersten Teil stirbt und auch... Boromir. Das ist der, der so gierig nach dem Ring ist und irgendwann für die... Ja. Und das ist ja halt dann auch, also da hat er ja, ich weiß nicht, ob das dann Schurke ist, aber da hat er ja dann halt auch irgendwie diesen schwachen Moment, dass er halt diese Gier und diese Macht dann halt irgendwie spürt, die er gerne hätte und glaubt, das halt fürs Gute nutzen zu können. Ja, genau. Weil er halt einfach... Ja, nicht... Er will halt nicht hören, dass der Ring sich nicht fürs Gute nutzen lässt. Ja. Also das, was Gandalf sagt, das ja auch immer, es gibt nur einen Herrn der Ringe. Ja. Ja. Würdest du Gollum als Schurken sehen? Beziehungsweise, wie heißt sein eigentliches, also bevor er zu Gollum wurde? Smiagol. Smiagol, ja, genau. Nee, eigentlich nicht. Also dafür ist er zu sehr Opfer der Geschichte. Genau, er ist auch einfach nur... Ja, er ist ja auch Opfer des Ringes, also er ist ja von dem Ring genauso manipuliert wie die anderen auch. Ja. Halt nur er schon länger. Das wäre eine gute Frage für Stephen Colbert, der ist ja so ein Herr der Ringe Kopf. Stimmt. Hat er nicht in einem der Hobbit-Teile mitgemacht? Aber ist irgendwo durchs Bild gelaufen, ne? Mit seinem Sohn. Er hat einmal kurz eine Laterne in der Hand, glaube ich. So, und seine beiden Söhne, auf jeden Fall ein Sohn und ein anderer, ich weiß nicht, zwei Söhne hat, auf jeden Fall hat er irgendwann mal erzählt, dass zwei wegrennen kurz. Und das waren seine Söhne. Und der halt einfach so krass... Also ich weiß nicht, was mit dem... Der alles, der alles... Irgendwas... Obwohl die Hobbit-Teile ja scheiße sind im Vergleich zu Herr der Ringe. Gut, aber das kannst du ja nicht ahnen, wenn du nur einen Tag am Set bist. Ja, gut. Aber es gab mal so ein... Es gab James Franco, war es, der ihm so eine ganz obskure Frage gestellt hat und er hat die beantwortet und ihn mit noch mehr Hintergrundwissen bombardiert. Okay. Also der ist wirklich religiös dabei, was den Herrn der Ringe angeht. Ja, ich meine, der ist ja auch religiös dabei, was es den Katholizismus angeht. Ja, das ist auch die Religion, die dem Herrn der Ringe am nächsten ist. Das ist eh das Perverse, ey. Da wird da halt, dass in Amerika noch ein bisschen wie so Pilgertum ausgelebt ist. Das ist auch so... Dann auch mal leicht, wenn er irgendwelche Leute hat, die halt nicht daran glauben oder generelle Artisten sind, dass er dann mal so leicht provozierend fragt, noch freundlicher. Warum nicht? Sie wissen aber schon, von Dingen, das sind sieben Tage und Jesus, unser Erlöser und was ist dein Problem? Warum das jetzt nicht? Übrigens, puh, das müssen wir in Deutschland mal haben in einer Talkshow. Das ist schon bei Anne Will irgendwie so von Dingen. Und warum jetzt nicht den Erlöser als Vorstandvorsitzender eines deutschen Automobilvereins? Ja, haben wir doch. Wie heißt er denn? Der ehemalige Hartmut Medorn. War er nicht bei der Deutschen Bahn? Der Erlöser und bei VW und bei BER. Was ich ja beeindruckend finde bei Hartmut Medorn ist, dass er immer versagt. Also er wird geholt und versagt. Es geht vielleicht darum, wenn man für einen so einen Weltkonzern, der langsam Firmen schluckt, sagt von wegen, wie wäre es denn, wenn ihr jetzt mal in Europa tätig werdet? Wie wäre es denn in Deutschland? Wie wäre es mit der Deutschen Bahn? So was. Und dann sagt es von wegen, ihr bringt mich dazu, dass ich da Kopf werde und ich jag das Ding gegen die Wand und dann könnt ihr es wieder schlucken. So, weil jetzt ist das keine Ahnung. So und so viel Milliarden wert. Wenn ich fertig bin, ist das noch 100 Millionen wert. Nee, aber ich glaube, der Reflex ist immer so, der hat schon ganz viele Großprojekte geleitet. Ja, der hat ja keine Referenzen außer halt Filmnamen, aber keiner guckt dahinter, dass er bei jeder Firma Scheiße gebaut hat. Ja, aber bei BER, wo er das ganze Projekt vereinfachen sollte, hat er es noch schlimmer gemacht. Die Deutsche Bahn hat er kaputt gespart. Bei VW hat er auch mehrere Riesenskandale zu verantworten. Aber der weiß, wie man so einen großen Konzern leitet. Der war da. Ja, da kann man auch so einen Golden Retriever in die Chefetage setzen, der ist wenigstens niedlich. Ja, ist ein bisschen wie so ein Hipster-Startup-Unternehmer, der halt immer von Startup-Unternehmen zu Startup-Unternehmen hüpft mit seinem Fördergeld und sagt von wegen, ja, ich habe dann aber zwei Jahre meine siebeneinhalb netto. Und dann sage ich, ich war aber schon bei und öh und öh. Und dann denkst du, ach krass. Irgendeiner hat, der Deliveroo Hero gegründet hat, über den habe ich neulich was gelesen, der hat jetzt so ein Startup für so E-Scooter. Also, da haben wir ja auch drüber geredet. Ach, es gibt doch nur, also in Berlin? Das ist ja nur Amy und Coop. Nein, nein, nicht die E-Scooter, halt die Tretroller. Der hat halt eins von denen gegründet. Und die haben irgendwie 50 Millionen in der ersten Runde, in der Geldgeberrunde gemacht. Ich hoffe, 49 für ihn. Ja, einfach auch, wo du weißt, das Geschäftsmodell wird halt im Leben nicht rentabel. Und halt so ein Tretroller. Also, wenn du schon weißt, dass gewisse böse Seelen sich diese Leihfahrräder unter den Nagel reißen, weißt du, wie einfach das bei einem Tretroller gemacht ist? Wer? Der 12,5 Kilogramm wiegt. Weiß ich nicht. Ein echter Robin Hood. Ein Held des kleinen Mannes. Hohoho. Der keine Angst vor Falken im Innenhof hat. Oh, das war ein guter Schurke, glaube ich. Gestern hat es bei mir so ein bisschen geknallt an der Scheibe. Und dann bin ich halt in den Südflügel zurückgelaufen. Und da habe ich noch gesehen, wie ein riesiger, mit braunem Gefieder, Greifvogel, Raubvogel, keine Ahnung, was so noch so zweimal seine Schwingen geschlagen hat. Und dann war er aus dem Innenhof weg. Und dann irgendwie flatterte noch ganz benommen eine Taube so weg. Und ich weiß nicht, ob die das war, die gegen die Scheibe bei mir geknallt ist. Oder tatsächlich eine andere, die dann Feierabend gemacht hat. Und ich hatte richtig so einen Handteller großen Fettfleck. Und bei mir ist ja noch nie was dagegen geflogen. Wir haben ja immer so zwei, drei blöde Taubenpärchen im Innenhof. Und das sah wirklich so aus, als ob er die so ein bisschen gejagt hat. Und die vor Schreck gedacht haben, scheiße, ich fliege durchs Haus. Und das war es dann wohl. Aber da, Alter, Christoph war Angst. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht diese alte Doppelverglasung von früher habe. Weil da hätte ich wahrscheinlich so dazwischen jetzt irgendwie eine Taube hängen. Wo ich dann langsam so einfach einen Vorhang davor ziehe. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht mein Problem. Das hatte meine, apropos Vögelchen in der Stube. Das hatte meine Mutter auch mal erzählt von der alten Katze von uns, Sandy. Sandy? Dass die halt mal... Ich hoffe, sie hatte immer einen Helm auf. War so eine Tabby-Dame und die hatte einmal... Was ist eine Tabby-Dame? Also diese Getigerten, die braun-schwarz-Getigerten mit der weißen Brust. Ah, ich dachte schon, eine Stepptanz-Dame. Ja, so ein bisschen wie Blake Mausemann war, aber halt mit weißer Brust und weißem Kinn. Und die hat mal so einen Vogel in der Wohnung zerlegt. Zerlegt? Ja, der ist reingeflogen. Der Vogel hat sich durchs Fenster verirrt. Tja. Ja, ist ungeil. Ja, der hat nicht mit der Herren des Hauses gerechnet. Und der lag dann halt so über den Teppich verteilt. Filetiert. Ja, Miekisch, unser Kater damals, der hat auch ganz gerne mal so einen Spatz gebracht. Den hat er dann halt dummerweise, hast du es dann halt zu spät gemerkt, halt auch ein Draußenkater. Und wenn du halt die Tür aufgemacht hast, die Rassentür, kam der halt dann rein und denkst, Ja, Miekisch, was hast du denn da? Und dann schmeißt du halt hin, also nicht zerrubt, einfach nur da. Und die waren halt selten tot. Die haben sich halt tot gestellt. Und dann ist er so, guck dich an. Ihr müsst ja auch jagen üben. Und dann schaut er dich so freundlich niedlich an. Und dann hast du so ein leicht blutverschmiertes Gesicht. Und aus der Schnauze hängt da noch so eine Feder. Und denkst, oh scheiße, der Arme. Und in dem Moment wird er halt nochmal wach, kriegt so letzte Portion Leben. Und schießt halt irgendwie in so einem Todeskampf durch die Wohnung. Miekisch, schaut sich das so an. Und dann denkst du, okay, jetzt geh ich nochmal nach. Und wetzt dann halt einmal über Möbel hast dich gesehen, um mich dann halt irgendwie ins Bücherregal zu fetzen. Und dann hast du ihn dann so, zwischen Allmannach und allen anderen Büchern, hast du dann so drei Teile Vogel. Aber ein Teil lebt noch. Und du denkst, scheiße. Und du nimmst ja nicht dann von wegen, alles klar, ich bin Kerr vom Land, ich zieh dir den Kopf ab. Oder mach jetzt schnell einen Tod. Und du denkst, was mach ich, was mach ich. Und dann merkst du halt so 21, 22, okay, das war's. Aber trotzdem, du bist halt voll fertig. Die Wohnung sieht echt aus wie so leichter Einbruch oder, keine Ahnung, Raubmord oder sowas. Und dann hast du so einen kleinen Kater, der eigentlich total niedlich aussieht, aber am Gesicht so ein bisschen wahnsinnig. Und denkst, alles klar, für euch. Und denkst, scheiße, mein Herz. War für euch, die ganze Show. Naja. Das wäre ein Schurke vielleicht. Sowas wie Catwoman. Ja. Ich hab ja mit dem Schurken zusammengespielt. Joe Gerner ist der Schurke. Nee, der ist ja eigentlich gar nicht mehr so, ich weiß nicht, ich sähe jetzt noch Schurke. Schurkisch könnte man, glaube ich, sagen. Ja, Schurkisch. Ja. Ja, wir haben ein paar Sachen schon, wo man denkt, ach du Scheiße, aber ich bin auch immer so drin. Gab's in der Lindenstraßen-Schurke? Du warst ja quasi der Schurke. Ich war, genau. Ich war der Schurke. Sascha Keller. Nicht klug, aber dafür Stiefel. Ah ja, der war echt, der war nicht die hellste Figur. Dass er ihn einmal erpressert, merkt, wie scheiße schief das geht und dann halt aber noch dreimal und sagt, hey komm, das ging so nach hinten los, dann machen wir ihn nochmal. Ah, du weißt, das machen wir nochmal, habe ich gesagt. Okay, okay. Was ist denn mit Gargamel? Uh, Grurgelhals. Was? In einigen Übersetzungen wurde der Name mit übersetzt, ich sag mal Grurgelhals. Gargamel. Okay. Ja. Ich hab Schlimpfe nie so richtig verfolgt, ich weiß, das war der. Bösewicht. Der, die Schlümpfe. Was wollte er denn? Ich glaube, er wollte sie zu einem Elixier pressen für ewiges Leben. Das Lustige war, das war, dass ich gerade gedacht habe, wollte er sie auspressen oder was wollte er? Aber er wollte sie tatsächlich auspressen. Ich glaube, die Schlümpfe leben ewig. Warum ist dann der eine oder andere Schlumpf alt und der eine oder andere Schlumpf jung? Es gibt ja den Papaschlumpf alt und die anderen sind halt alle so um die 20 oder 15. Das ist eine steile, steile Analyse davon, wie Altschlümpfe so sind. Ja, vom Verhalten, vom Aussehen her. Ja, klassisch 20, jeder hat nur eine Eigenschaft. Ja. Du bist dieser Perückenmann. Der Brillenschlumpf. Die hatten auch immer so unterschiedliche Namen. Manchmal Schlaugi, der Brillenschlumpf. Und Hefti, der Muskelschlumpf. Hefti, der Muskelschlumpf, weil er alles angehältert hat. Ja, ich hatte Schlumpfigur und Schlumpfhine. Die ist immer Schlumpfhine. Das ist immer fett. Oder der willige Schlumpf. Also das heißt, er wollte die eigentlich lebend fangen, damit er sie dann auspressen kann. Aber ich glaube, Schlumpfhine ist kein Schlumpf im eigentlichen Sinne. Weil sie Brüste hat? Nee, Gargamel hat Schlumpfhine geschaffen oder geklont. Wie der kann Schlümpfe machen? Ja, was weiß ich nicht. Schafft aber sie dann nicht, wenn sie fettig sind, zu pressen? Nein, er hat sie zu einem Spion gemacht. Eigentlich ist diese ganze Schlumpfnummer die gleiche Geschichte wie in James Camerons Avatar. Und er hat nicht mal die Farbe geändert von den Figuren. Das ist leh. Auch ein ganz toller Film mit einem ganz tollen Schurken. Nämlich James Cameron, der zu verantworten hat, dass wir uns alle Filme in 3D ansehen müssen. Aber jetzt mal, was war denn da? Das war diese komische Militäreinheit, die die Schurken sind. Generischer Militäreinheit. Es ist egal, das wird dir jetzt in den nächsten vier Avatar-Filmen alles nochmal haarklein erklärt. Es gibt noch weitere Filme? Dirk deppt gerade vor Freude. Das kann man vielleicht nicht hören. Aber es gibt noch vier. James Cameron arbeitet gerade daran, die nächsten vier Avatar-Filme am Stück zu drehen. Sigourney Diva war dabei, ne? Ja. Dann ist gut. Und Sam Worthington. Und Zoe Saldana. Mein einziger Trost ist die Hoffnung, dass der nächste Avatar-Film so ein derbes finanzielles Debakel wird, dass James Cameron nie wieder einen Film machen darf. Und wir alle 3D-Filme für ewig los sind. Glaubst du selber nicht? Nee, das leider nicht. Aber ich bin ja jedes Mal froh, wenn ich einen Film dann in 2D im Kino sehen kann. Ich schaue nur noch 2D. Ich habe es anfangs, glaube ich, einmal gemacht. Ich glaube, ich habe Captain America, ich weiß nicht welcher Teil, in 3D gesehen. Und dann habe ich gedacht, was für ein Stress. Ich habe so oft die Handlung nicht angeschaut, weil ich halt total gestresst war von den Steinchen, die mir ins Gesicht fliegen oder irgendwas. Ich dachte, nee, kann ich nicht. Und dann kannst du ja nicht zwischendurch absetzen, weil dann hast du ja ein Bild, als wenn du denkst, okay, die Brille ist doch nicht meine. Du musst ein Auge zuhalten, das ist das Geheimnis. Ach, ich hatte es wahrscheinlich falsche. Nee, aber das fand ich ja halt. Also es ist auf jeden Fall besser geworden, die 3D-Konversion. Es wird ja nicht mehr in 3D gedreht, wie beim Hobbit, sondern es wird normal in 2D gedreht und dann wird es digital in 3D konvertiert. Ist das günstiger? Wahrscheinlich. Ja, du kannst mit den Kameras nicht arbeiten. Also günstiger ist gar nicht so die Sache. Ich kann mit den Kameras nicht arbeiten! Nee, das Problem ist, die Kameras müssen ja ungefähr den Abstand des menschlichen Auges haben, die Objektive. Die ideale Brennweite oder was? Nee, also die Objektive für sich. Ja, ich meine, aber die ideale Brennweite eines Auges für ein Objektiv. Also, nee, nicht die Brennweite, sondern den Abstand nebeneinander, damit sie halt dieses 3D fürs, also weil du hast ja ein spezifisches. Aber Abstand der Augen sind ja immer ein bisschen. Ja, aber das ist halt in einem gewissen Maße. Und das muss es haben, das geht aber physisch nicht, weil Kinooptiken halt einfach so groß sind, sodass du die Kameras nicht nebeneinander bekommst. Das heißt, du hast eine, die aufs Objekt gerichtet ist, die andere ist vertikal daneben und filmt einen Spiegel, der aufs Objekt gerichtet ist. Aber das hat doch bei Hobbit dann funktioniert. Ja, aber das ist halt ein Riesenaufwand und eine Riesenkamera und das ist halt extrem unpraktikabel. Also ein Kostendinger nicht. Ja, und du kannst viele Kamerabewegungen nicht machen. Okay, also irgendwie so eine Rundfahrt durch dein Treppenhaus. Ja, eine Handkamera alleine funktioniert nicht. Du kannst sie nicht auf die Schulter nehmen, dieses Rig. Und deswegen wird es halt einfach konvertiert und den Unterschied merkt eh kein Mensch. Oder du hast Robocop als Kameramann. Oder wenn du auf dem Wasser drehst, Robocop. Oh, meine Güte. Halb Roboter, halb Boot, halb Polizist. Wie hieß das nochmal mit Hulk Hogan, die Serie? Thunder? In Paradise. Thunder in Paradise. Das sollten sie in 3D konvertieren. Wer war denn da, der Schurke? Das Boot? Hulk Hogans Ehefrau? Ja. Where is everybody? Hulk knows best. Ja, der ist ja auch echt so ein Real-Life-Schurke. Da habe ich das erste Mal ein Segway gesehen. Weil der ja damals auf seinem Gelände zu Hause nur mit Segway gefahren ist. Und selbst in seinem Haus hat er halt irgendwie so eine ebenerdige Terrasse oder sowas. Und das ist immer... Und da sind immer diese bescheuerten 500 kleinen Hunde. Oder verwechsel ich das jetzt gerade, diese Hundescheiße mit Ozzy Osbourne? Weil da waren ja auch mal dumm viele Hunde. Der hatte auch Hunde. Seine Frau hatte auch Hunde. Aber diese kleinen Blöden, wo dann halt drei wegsterben und du merkst halt nicht, ob da ein Hund fehlt. Ich habe das nie so in der reinen Folge gesehen. Und es gab immer einen Schubler, der voll Zucker war. Und er meinte, seitdem er weg von Drogen ist, hat er sich so ein bisschen auf Zucker konzentriert. Wie eine Kakerlake. Die er auch nachher im Zug erstmal voll auf Zucker ist. Diese teuren Kakerlakenentzüge. Ja. Ja, vielleicht... Was fällt dir denn zu Superman-Schurken ein? Außer dem offensichtlichen. Gibt es da noch jemanden, der so nennenswert ist? Dem offensichtlich. Na, außer Alex Luthor. Naja, aber sein Vater... Okay, ist ja kein Schurke. Ist ja auch nicht die klassische Comic-Book-Mythologie. Da ist es ja tatsächlich einfach der Alex Luthor. Wer war nochmal der zweite... Ich will Tommy Lee Jones sagen. Nein, wie hieß... Zod. Wie hieß der Superman-Darsteller, der vom Pferd gefallen ist? Christopher Reeves. Christopher Reeves. Ja. Reeves? Ich glaube Reeves, aber es könnte auch Reeves Singular sein. Ich bin mir nicht sicher. Reeves gesagt. Egal, aber welcher war denn der zweite Christopher Reeves Superman-Kinofilm? Nee, oder nee, ich glaube es war der letzte, der letzte, wo aus dem Haar von Superman, aus dem Museum, wurde das Haar genommen und auf der Basis des Haars wurde halt dann irgendwie der Gegenspieler, also irgendwie so ein Pendant gebastelt. Und da ging es halt darum, dass Superman halt irgendwie die Welt von Atomwaffen befreien wollte. Und alle haben gleichzeitig gezündet, so ein schönes Szenario eines dritten Weltkrieges. Superman 4 sein, a quest for peace. Okay, also halt eigentlich ein totales, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ein totales drittes Weltkriegsszenario, in der Hoffnung, dass alle unten sagen, scheiße, Alter, hoffentlich schafft er das. Hat er ja auch geschafft und in einem Sprengkopf war dann halt irgendwie dieses Haar, beziehungsweise die fertige, was auch immer, Mischung, bla 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 und das brauchte halt einfach die Kraft der Sonne und da hat er halt alles in die Sonne geschmissen und dann kam halt aus der Sonne geflogen sein Gegner, irgendwie so ein Dolph Lundgren-Typ, so braungebrannt, obwohl, ja doch, braungebrannt und blonde Haare. Und er hatte halt irgendwie so ein schwarz-feuergelbes Kostüm und der war halt genauso stark wie Superman und er hat halt, ich weiß nicht, ob er seine Kraft auch aus der Sonne gezogen hat, weil er dort herkam, auf jeden Fall, das war ja dann halt so der Gegenspieler, aber er hat einen Schurke, ich finde Schurke hat immer irgendwas mit Cleverness zu tun und der halt auch irgendwas plant und einfach nicht bestialisch brutal dasteht und jetzt alles platt macht, sondern der hat halt irgendwie so, so wie Pinky und der Brain, so. Da ist Brain halt der Schurke und Pinky ist so ein bisschen die ausführende und leicht behindernde Kraft des Ganzen. Narf. Weil die ja immer ganz dicht an einer Eroberung der Welt sind. Ja, das stimmt. Er ist auch irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen, das ist ja immer sein Plan. Und das wird ja durch Pinky so ein bisschen vereitelt. Jedenfalls hat das Brain meist als Gefühl so, dass es eigentlich geklappt hätte, wenn das wären auch geile Figuren, Pinky und der Brain, Brain, Brain. Das stimmt. Das war eine, also ich glaube bei Animaniacs hat es angefangen und dann hatten sie ihre eigene Show. Ah, das ist ein Spin-off gewesen. Ich glaube ja. Warum haben denen diese drei blöden Tauben keine gekriegt, weil die fand ich auch super geil. Drei Tauben. Weil die Animaniacs waren, das war voll nervend. Da gab es halt immer so drei fette Tauben und ich glaube die, und die haben halt alle irgendwie, die hatten alle so die Art von Italo-amerikanischen Mafia-Typen. Und die sind dann halt immer total gefährlich, also der Boss war halt immer ganz ruhig und hat irgendwas gehustet. Und die anderen waren halt immer bereit für ihn richtig böse Dinge zu tun und wirkten halt immer total gefährlich, kurz dafür halt irgendwie Scheiß zu machen. Und dann ist halt irgendwie ein Geschäftsmann oder irgendwer ist halt über die Straße gelaufen und hat die fast plattgetrampelt. Und dann wurde denen wieder gewahrt, ach scheiße, wir sind da Tauben. Und dann ist es auch so mäßig, so Tauben-Überschmusshandlungen wieder so weggelaufen. Und ich dachte, die waren so lustig, weil die sahen so scheiße aus. Und dann so komplett einfach vergessen, dass sie Tauben sind. Okay, Pinky und Brain haben auch vergessen, dass sie eine Ratte und ein Chihuahua sind. Bestimmt, beziehungsweise auch ein bisschen an Ren und Stimpy so. Gab es da eigentlich böse Wichte bei Ren und Stimpy? Ich glaube nicht, also ein bisschen, also noch weniger als bei Spongebob, glaube ich. Wo es ja auch mit Plankton. Ja, der ist ja wohl ein Schurke. Ja. Weil der ja richtig Pläne halt schmiedet und versucht, die dann umzusetzen. Er passt doch ganz gut in das Schema, weil er ja, er hat ja eine persönliche Beziehung zu Mr. Krabs, mit dem er früher zusammen die krosse Krabbe geleitet hat. Ach, wirklich? Ja, und Plankton hat sich um die Öffentlichkeitsarbeit und so gekümmert. Was? Ja, und dann hatten sie den Streit. Was ja auch so ein klassisches Schurkending ist. Wo hast du die Hintergründe vorzunehmen? War das am Ende deiner Bettdecke gesteppt? In irgendeiner Folge gibt es halt mal den Hintergrund. Auch, das ist ja das Schöne, es gibt es auch, ich hatte vor ein paar Folgen mal drüber geredet, in der Voltron-Serie ist es auch so, dass die die ganze Zeit so einfach die klassischen Schurken sind. Irgendwann sieht man halt auch deren Backstoring, dass die halt auch aus gutem Grunde korrumpiert wurden. Also die einfach mit guter Absicht gefallen sind, was ja gute Schurken ausmacht. Voltron, was war das nochmal? Erklär mal. Fünf Roboter formen einen Superroboter. Mehr oder weniger in den gröbsten Begriffen. Erinnert sich ein bisschen an Power Rangers. Genau, das ist halt das Genre quasi. Ist das ein Comic oder was das? Eine Zeichentrickserie von DreamWorks Animation. Und die läuft auf Netflix? Ja. Ah, okay, Voltron. Ja, Voltron, Legendary Defender. Vielleicht geht uns langsam die Zeit aus, wo wir heute acht Folgen aufnehmen müssen. Wie viel haben wir bis jetzt? 52 Minuten. Was? Und eine Folge. Was, vielleicht nochmal, was ist denn für dich ein sehr guter und ein sehr schlechter? Also ich würde nicht sagen, der beste oder der schlimmste Schurke, aber ein guter oder ein schlechter Schurke. Also gut in der Sinne von Qualität, nicht Menschlichkeit und Moral. Naja, jetzt wo du es gesagt hast, fand ich Plankdown schon ziemlich, ziemlich geil in der ganzen Art und Weise. Das ist halt auch diese Backstory, das wusste ich ja gar nicht. Und halt auch, das hat er eigentlich neben seinem Computer oder seiner Computerliebe oder was, das ist schon eine eigenwillige Beziehung. Das ist ja nicht nur so eine Arbeitsbeziehung, sondern teilweise auch, wenn er niedergeschlagen ist, baut sie ein bisschen auf. Das ist halt auch mal geil, dass man halt so... Aber sie raunst ihn auch an und macht Urlaub, wenn sie genug hat. Also dann ist er Plankdown perfekt. Wie das perfekte Sextoy, das man sich gebaut hat. Sehr gut. Ja, also ich würde dann Plankdown sagen, als bester Schurke. Und du? Ich fange mit dem Schlechtesten an. Der Schlechteste, sowohl in Blade Runner 2049 als auch in Suicide Squad ist Jared Leto. Das ist ja mir gar nichts. Furchtbar. In Suicide Squad spielt er den Joker. In Blade Runner spielt er so einen Firmenchef. Das ist furchtbar, Jared Leto ist einfach... Das habe ich beide nicht gesehen, aber Blade Runner den neuen, du meinst du? Ja, und jetzt wurde er verpflichtet, um Morbius, den lebenden Vampir, zu spielen. Jared Leto. Der einzig wahre Joker, und das wissen wir, glaube ich, beide, ist Cesar Romero aus der 60er-Jahre-Batman-Serie, der sich geweigert hat, seinen Schnurrbart für die Rolle abzunehmen. Deswegen wurde der Schnurrbart einfach weiß überschminkt. Ja. So. Ja. Und dein bester Schurke? Ja, Cesar Romero. Weiß überschminkter Schnurrbart. Das kann man nicht toppen, würde ich sagen. Okay, mein schlechtester Schurke. Egghead aus der 60er-Jahre-Batman-Serie. Ich hätte jetzt gesagt, wie hieß denn der nochmal? Hieß der Garth? In der Knight Rider-Serie hat irgendwann Michael, äh Quatsch, hat irgendwann David Hasselhoff auch seinen Gegenspieler gespielt, der mit diesem fetten schwarzen Panzertruck rumgefahren ist und der halt einfach so ein Oberlippenbärtchen und so ein Soulpatch getragen hat. Uh, guter Blick. Und ich glaube, der Panzer hieß Goliath. Und er hieß, ach scheiße, ich würde jetzt Garth sagen, aber ich weiß es nicht. In jedem Fall, das war eine richtig schlechte, also ich meine, Michael Knight war ja schon also okay so, er ist halt so ein Kult geworden. Wenn du jetzt guckst, dann denkst du, ja. Ja, aber das Bösewicht-Ding da, was er da geschossen hat, ist bestimmt auch cool. Aber ich sag mal so, das ist dann halt, kriegt dann halt so die schmutzige Krone von mir. Gut, dann wissen wir es, wenn ihr keine Schurken sein wollt, dann abonniert doch einfach für Nüsse auf Twitter, iTunes, Podcast-Apps oder YouTube. Das heißt, sie dürfen sich alle jetzt automatisch Schurken nennen. Genau. Sofern sie es jetzt nicht... Und wenn euch jemand fragt, warum... Findest du den Titel Schurke schlimm? Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, also das klingt so ein bisschen umgekehrte Psychologie, als ob das bei dir voll greifen würde. Hör mal zu, du Schurke. Sag niemals Schurke Klaus zu mir, bitte nicht. Schur Klaus. Oh. Ja, ihr wisst es, fönüsse at gmail.com Hör mal auf, wenn wir mal einen Satz zu klauen. Stitcher Snitcher.de At fönüsseport auf Twitter. Und ansonsten fönüsse mit Dürken Klaus auf allen anderen Apps. Vier Minuten haben wir schon? Fast eine Stunde. Fast eine Stunde, was heißt denn das? Ja, 56 Minuten jetzt. Oh Gott, wir haben noch vier Minuten. Der keimige, schleimige. Ein Hoch auf Prinz John, den Königsklauen von England. Was ist denn hier los? Ja, wir müssen doch jetzt mehr aufnehmen, Dirk. Oder hast du noch was? Ja. Ja, dann sag. Nee, kommt nix. Ich bin ein bisschen irritiert. Wenn man dich ran nimmt, dann kommt nix. Da ist immer eine gelbe Perücke neben mir. Ja. Aber die Haare sind weg vom Boden. Das ist schon mal gut. Viel Spaß bei deinem Müsli nachher. Ja, ich wollte... Ich esse kein... Und wenn, dann wäre es püriert. Ich kann euch nur empfehlen, alles pürieren. Einfach mal probieren, ob es zu pürieren ist. Meine erste Pürierung ging in die Hose. Da habe ich nicht versucht, eine Broccoli-Cremesuppe neu zu kreieren. Und nicht, wie man es sonst macht, dass man Brokkoli erst dünstet und dann mit ein bisschen noch gekochtem Wasser und Gewürz und dann halt mit einem Zauberstab dann halt in dem Topf so ein bisschen anpüriert. Das hat man ja dann einen schönen... Also relativ schnell, Zwieben, Blah, alles dazu. Dann hast du relativ schnell eine leichte Brokkolisuppe. Und ich habe gedacht, wie geil wäre das, wenn du den Brokkoli vorher roh pürierst und dann halt heiß machst. Das war eine Scheiße. Also ich glaube, da sind irgendwelche Enzyme, die sich dann nicht... Also es funktioniert nicht. Das ist widerlich. Ich konnte, glaube ich, im Monat kein Brokkoli sehen. Also eine eklige Dunstsäure steht dann in der Luft. Oder wie es die im Kuppeler sagen würde. So, kommt gut durch die Woche.